Aber was hast du gesagt? Ich bin nicht sicher, ob der gute Totengräber noch so ganz bei Sinnen ist. Nein, der ist völlig bekloppt. Du kannst es auch ausdrücken. Er macht mir den Eindruck von jemandem, der überzeugt ist, mehr zu wissen. Vielleicht geht er davon aus, dass wir am Stadto abgewiesen werden und er dann seine Kräuter zu kann und sagen, Seht ihr? Ich hab's euch doch gesagt. Ich denke, er ist der Experte, wie man in die Stadt gelangt. Wir sollten vielleicht etwas Vertrauen zu ihm haben. Ich bin bereit, etwas Vertrauen zu ihm zu haben. Aber das ist ein Ausmaß von Vertrauen, dass ich niemandem entgegenbringe, den ich vor fünf Minuten zum ersten Mal getroffen habe. Aber es ist auch bestimmt eine interessante Erfahrung, ein Toter zu sein. Aber stellt euch vor, wir liegen in diesen Kisten und etwas geht schief. Und wir können relativ wenig tun, daher, naja, bewusstlos in diesen Kisten legen, mir gefällt das nicht. Wir können die Möglichkeiten nicht ausschließen, dass der Mann vielleicht nicht ganz mit offenen Karten spielt. Nun, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns zwei Teilen. Einer schmuggelt die Waffen hinein als Toter und die anderen gelangen so in die Stadt. Gibt es da Freiwillige? Ich werde mich zur Paläne selber vorschlagen. Ich denke, es ist eine interessante Erfahrung. Nun gut. Dann... Ähm, aber was ist der Vorteil, den ihr da seht? Nun ja. Falls wir aus irgendeinem Grund in Schwierigkeiten geraten, wird aber mir immer noch unabhängig in der Stadt sein und kann uns rausboxen. In der Tat, das ist schon einmal passiert, nicht wahr? Ja, aber ihr seid eine Ohre stundenlang ohnmächtig. Nun, ich vertraue. Wir müssen... Und wir müssen sowieso Just und seinen Sarg in die Finger bekommen, wenn wir unsere Ausrüstung wieder haben wollen. Also ist das kein Umweg. Ja, aber dann tragen wir einen bewusstlosen Stunden lang mit uns rum. Glaube, wenn er aber mir... ...anfängt... ...also hier damit anfängt, wird er dann in der Stadt hoffentlich nicht mehr stundenlang, sondern nur noch vielleicht ein Stündchen lang. ...bewusstlos sein. Nun, wenn wir zuerst gehen, dann... ...Gerät abel mir zumindest nicht in die unschöne Situation, allein in der Stadt zu sein, während wir hier draußen stehen und vielleicht gar nicht reinkommen. Und am Ende noch versehentlich ausgeschöpft werden. Nun, mir kann insofern nicht verständlich gestattet... Wir hätten noch dieses Artefakt, was wir in Garen bekommen haben von der schwarzen Gilde in euch. Wer meint, dass das Leute versteuert? Exaktiv. Das habt ihr behalten? Natürlich. Was heißt natürlich? Ich habe es, wie sich das gehört, in den Rheiningen Flammen des Feuerstampels geopfert. Nun, ihr handelt so, ich handele so. Auch wahr, auch wahr. Also, ich habe noch ein paar Kräuter gefunden. Wenn da sowieso nur einer sein soll, dann kann ich das auch so machen. Aber ihr seid wieder da. Äh, vorrang. Ja, äh... Wir werden uns zwei teilen, wie ihr offensichtlich bereits mitbekommen habt. Was? Macht ihr? Na gut. Ähm, wenn ihr dann vor der Rabengasse steht, müsstet ihr euch auch erkennen geben als, naja, ich weiß nicht, Widerstand. Und, naja, zumindest als jemand, der von mir geschickt worden ist, fangt einfach mit der Parole an. Wir sammeln Spenden für die Schlaflosen. Darauf wird die Frage kommen, habt ihr schon einen Schlaflosen gesehen? Und ihr antwortet dann einfach, wer schläft, sündigt nicht. Dann wissen die, dass ihr von uns kommt. Wir sammeln Spenden für die Schlaflosen, das ist euer Part. Daraufhin kommt eine Frage, habt ihr schon einen Schlaflosen gesehen? Und ihr antwortet dann als Abschluss, wer schläft, sündigt nicht. Das ist einfach genug, das sollten wir uns merken können. Ja, ja, die erste Hälfte habe ich. Überlass einfach uns das Leben, was das angeht, hm? Nun, wie heißt dieses Kraut, wenn ich fragen darf? Sumpfkraut. Ein einfacher Name. Sehr bezeichnet. Ich bin kein gelehrter Mann, ich bin Totengräber. Ich habe Torf gestochen, irgendwann habe ich die Leichen reingeworfen. Irgendwann habe ich gelernt, dass man Nasen, Mund zunehmen muss. Ich habe nie studiert, was wollt ihr jetzt? Es ist Sumpfkraut. Nun ja, es wird reichen. Ich werde mich zur Verfügung stellen für euer Experiment. Ich hoffe, es funktioniert. Das hoffe ich auch. Eine andere Frage, Just. Mir war bisher nicht klar, dass die Alan Fahner, Lauredania, mit dem Widerstand in Kontakt stehen. Ich ging bisher davon aus, dass sie in der Stadt ist, um Geld zu machen und somit weder auf unserer noch auf Xerans Seite steht. Das ist ja die Planung. Nun ja, ihr sagtet, wir sollten uns zu erkennen geben. Naja, also wenn jeder herbeigelaufene Held, ersetzt das in Anführungsstriche, wüsste, dass Laura Dania Dupasca Flourios eine Widerstandskämpferin ist, dann wäre es keine gute Tarnung, oder? Dementsprechend ist sie Sklavenverkäuferin. Ach so meinen wir das. Sie tut halt böse Dinge und handelt mit fragwürdigen Objekten, wie das Alan Fahner eben so tun. Erklärt, warum man Karina in der Stadt gesegnet hat, hey? Ja, wieso handeln meine ich mal mit gar seltsamen Dingen? Das ist wohl richtig. Ihr erinnert euch, was wir auf Objektes Schiff gesehen haben. Sie engagiert sich wirklich sehr, um ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Ja, sie stammt aus einer ganzen Linie von Sklavenhändlern. Das wird sie nicht mehr schockieren. Nun ja, dann haben wir also unseren Plan. Dann werden wir euch nochmal darin Särgen helfen, wenn ihr es denn wünscht, und uns ein wenig ausruhen, wenn ihr es denn gestattet, und uns an morgen auf den Weg in die Stadt machen. Ja sicher, ihr seht müde aus. Legt euch hin, geht direkt gegenüber, ist noch ein paar Hängematten. Legt euch da einfach rein. Ich werde noch ein bisschen Zeit brauchen, um dann die Särge mit einem doppelten Boden zu versehen, und das graut man schüchtern zusammen. Gut, Ob, vielen Dank. Ja, so könnt ihr euch in der kaputten Holk Terror hinlegen und die restlichen Schlaf nachholen, den ihr bei den Torfstechern doch bitter nötigt hattet und dann doch wenig gefunden habt. Ich wundere mich, wer nennt sein Schiff Terror? Nun, ich vermute mal, ist eine Verwaltung. Wahrscheinlich war dann noch mal länger. Hm, wie lange die wohl schon hier liegt? Ihr könnt euch doch mit Schiffen ausjählen. Ähm, was ist das für ein Schiff? Kommt das aus diesem Teil der Welt? Oder, also ganz abgesehen davon, wie es in den Sumpf gekommen ist? Hm, das ist nur Hölk. Die findet man hier und im Bornland relativ häufig. Ich meine, ja, das stochert so ein bisschen mit irgendeinem Messer oder irgendeinem Nagel in dem Morschenholz rum. Ich meine, es gibt natürlich viele verschiedene Bauarten von sowas, aber, hm, ich könnte jetzt nicht sagen, wo genau die herkommt. Aber, naja, ich meine, mit denen hat man sowas, glaube ich, nicht gebaut. Also, er ist dumm, weil du sagst, irgendwas in der Kante. Ich frage mich, wie lange dieser Sumpf schon besteht, wenn hier ein Schiff hinein gelangen kann. Ist dann immer so gewesen sein. Ich nehme mal an, dass er irgendwann mal eine Flutgeaboniert wurde hier reingetrieben hat. Tiff, nicht Boot. Das wäre möglich. Es muss eigentlich eine ziemlich hohe Flut gewesen sein, nicht wahr? Guckt euch da mal, dieser Schiffsbau ist bestimmt vier Schritte, die unter der Wasserlinie liegt. Nicht mehr. Ja, er kann, meine ich mal, ganz schön wüten. Solche Fluten waren früher nicht unüblich. Es gibt mehrere Berichte davon. Ich glaube, in den alten Berichten nennt man sie Mantränken. Und in Havena hat er, wie ich höre, die ganze Stadt in das Wasser gesetzt. Oh, seht ihr, seht ihr. Nun ja, dies war ein katastropholles Ereignis. Und wahrscheinlich ist dies wahrscheinlich nur einmal in diesem Ion passiert. Aber diese Fluten sind die anscheinend öfters hier in Tobrien. Wie berichtet's? Wüsste ich jetzt nichts von. Ich bin kein Tobrien. Angst zu Hause, tritt nur ab und zu der Bachmann über die Ufer im Frühjahr. Aber das war's auch. Ja, nicht, dass ich mich nicht für toberische Flussgeschichte interessieren würde, aber können wir über was anderes reden? Ja, irgendwas anderes. Könnt ihr uns, wisst ihr mehr über diese Händlerin, diese Pascaflorius? Was ihr uns bis jetzt erzählt habt, oder ist das auch alles, was ihr wisst? Ja, also die Familie ist jetzt nicht so besonders alt, aber sehr reich. Reiner Sklavenhandel, inzwischen machen sie auch was anderes. Ja, ich würde jetzt nicht auf Gnade offen. Nach allen Fahner-Maßstäben, wenn's harter Fahrt kommt, können wir ihr trauen? Ähm, nein. Hm. Also ich würde da eh niemandem, äh, du kannst niemandem vertrauen, den du nicht entweder selber bezahlst, oder... Naja, vor allen Dingen ihr. Wenn sie in der Stadt für den Widerstand arbeitet, Rain, zumindest irgendwie unterstützt, was hat sie davon? Na, das ist ihnen ganz sicher ein Arsch. Wenn's mal irgendwann in die Heimat geht, oder wenn das hier mal befreit wird und irgendjemand fragt, dann sagt sie ich. War immer für den Widerstand. Ich nehm auch an, dass die, sagen wir, Dienstleistungen, die sie ja bringt, nicht ganz unentgeltlich stattfinden. Ja, da würde ich auch mein Geld draufsetzen. Von daher glaube ich einfach nur, dass in ihrer Rechnung, sich vom Widerstand bezahlen zu lassen, auf lange Sicht profitabler ist, als ein einzelnes Mal Widerstandsmitglieder abzuliefern gegen das Kopfgeld und dann nie wieder mit ihnen zu tun zu haben. Ja, reich wird sie an Just und seinen Leuten sicher nicht. Ja, aber sie haben vermutlich Informationen, die sie braucht oder die sie nutzen können. Ja, das kann ich mir eher vorstellen. Und ich nehm an, wenn sie mal jemanden braucht, der was nach Weistrubrieren reinbringt, oder woanders hin, kann sie sich auch darauf verlassen, dass der Widerstand nicht dazwischen funkt. Das heißt, wir teilen ihr das Nötigste mit. Wir sagen ihr nicht, wer wir sind, aber was wir vorhaben. Büro. Ich denke, wir machen uns erst nochmal ein Bild von der Frau. Nun, ich wäre eigentlich strikt dagegen, dass wir ihr gerade heraus sagen, was wir vorhaben. Das ist doch viel zu gefährlich, oder was meinst du, Raphim? Ja, ich habe mit ihr noch nichts zu tun gehabt. Ihre Familie ist in aller Anführungsrecht angesehen, aber... Das macht sie jetzt nicht unbedingt zur herrlichen Dame. Eigentlich, ja... Es könnte sein, dass sie zu... ...unüberlegten Handlungen greift, wenn sie ihre Existenzgrundlage bedroht sieht. Ja, auch wenn sie hört, was für ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist, ähm... Ja, das auch. Also sagen wir ihr so wenig wie möglich. Ich denke auch, das wird das Beste sein. Je weniger man weiß, desto weniger kann man verraten. Ja, ich bin mir sicher, wir können ihre Unterstützung auch so kaufen. Ohne, dass sie weiß, was wir tun. Also erzählen wir ihr nur soweit, dass wir auf Geschäften hier sind und sie dafür reich entlohnt wird. Ist das gut? Ja. Es ist gut. Es könnte nur sein, dass es ihr zu wenig ist. Ich hoffe, die Diamanten werden bewirken, dass sie weniger idealerweise keine Fragen stellt. Aber sollte sie irgendetwas wissen wollen, gibt es irgendetwas, was wir ihr hinwerfen können, dass sie nicht weiterbohrt? Für gewöhnlich ist, für gewöhnlich ist, das ist geheim, eine vollständige Antwort. Nun ja, aber ich glaube, das, was du meinst, ist eine Art falsche Fährte zu legen. Wovor hat eine Anfahnerin am meisten Angst? Dem Horstreich? Verrat, verrat. Ich meine Innerland einfach zum Beispiel. Ja, verrat. Deine Feinde kennst du immer, aber der Sklave, der dir in den Rücken sticht, der kann für jeden kommen. Im schlimmsten Fall sagen wir halt, wir sind im Auftrag der lanfarnischen Boronkirche unterwegs und kümmern uns um einige gar ungeliebte Paktiere. Mit den Diamanten ist ihr schweigen gekauft, sie hat uns nie gesehen. Das klingt hervorragend. Alle Anfall, danke für ihre Zusammenarbeit. Das könnte funktionieren. Ja, wenn es ganz schlecht läuft, hat sie mich schon mal gesehen, aber das weiß sie nicht. Ich glaube, wir machen uns zu viele Sorgen. Es wird sicherlich glatt gehen. Ja, mir gefällt eure neue so unbesorgte Art. Da passen wir viel mehr zusammen. Habt ihr vor, nach Chiara's Carino zu fragen? Wir sollten. Ja, müssten wir eigentlich. Aber überlasst es mir. Ja. Seit Jahren von den Sauen nichts gehört. Er hätte wenigstens mal schreiben können. Ja, vielleicht ist er im Auftrag der Familie unterwegs. Ja, ist bestimmt nicht umsonst, denn, mein Deiner. Gibt es eigentlich eine Familie, mit der die Familie Florios verfeindet ist? Oh, die Sohne, die mögen sich alle nicht. Oh je, jetzt kommen wir heute nicht mehr weg. Nee, ich meine ja nur, das wäre vielleicht irgendwie, wenn wir sagen, dass jemand von Familie XYZ als Faktierer vermutet wird und aus dem Weg geräumt werden soll, dann wird sie uns wahrscheinlich unterstützen. Ja, sie wird das mit der, in der Stadt wird sie mehr wissen als wir. Das könnte unglaubwürdig wirken. Hm, vielleicht müssen wir dann nur sagen, dass wir gehört haben, dass jemand ankommen soll. Ja, wir können einfach sagen, wir sind im Auftrag der landfranischen Bohrenkirche und sammeln hier Kopfgelder ein. Hm. Dann überlegen wir uns die Details nicht, wenn wir die Frau erst einmal getroffen haben. Nun ja, es ist ja auch nicht unüblich, dazu zu schweigen, wenn man im Auftrag der Bohrenkirche unterwegs ist. Ja, und es ist auch nicht unüblich, die Leute zu bestechen. Von daher. Na gut, da musst du uns einfach auf den richtigen Weg weisen. Wir sollten uns noch einigen, wo wir uns in der Stadt treffen sollen, falls wir wieder zusammenfinden. Und wenn wir getrennt werden, sollten wir uns vermutlich eher am Travier-Tempel sammeln. Ist Juste eigentlich noch da? Nee, ist Unterwiesung, oder? Ja, ist gerade nicht mehr da. Ja, aktuell befindet ihr euch irgendwie auf den Hängematten und kurz vor dem Einschlafen könnt ihr euch dann noch einmal eine Besprechung machen, bevor ihr dann, wie gesagt, nach sechs Stunden Schlaf und Erholung irgendwann in der Nacht aufbricht. Idealerweise warten wir halt auf den Weg zum Hafen, fangen da Just ab und holen euch aus dem Sarg raus. Und unser Zeug, was das angeht. Nun, ich würde vorschlagen, in jeder Stadt gibt es einen größeren Marktplatz, einen größeren zentralen Platz. Vielleicht sollten wir uns dort, falls wir uns verlaufen, in der höchsten Preisstunde dort einfinden. In aller Fälle. Auf einem vollen Marktplatz? Nun ja, ich denke, es ist eine zentrale Möglichkeit und nun ja, so groß kann er im Markt ja nicht sein, dass wir uns dort nicht verlaufen können. Und wenn er so groß ist, kann man gut im Gewühl untergehen. Zu leben. Nun gut, aber einigen wir uns darauf, wenn wir uns am Ende des Tages nicht gefunden haben, dass wir uns am Tempel sammeln. Das wäre noch zweite Anlaufstelle. Auf den meisten Marktplätzen gibt es auch ein Brunnen oder ein Standbild oder etwas dergleichen. Vielleicht suchen wir dann zunächst in dieser Gegend. Ich will gar nicht wissen, wie die Brunnen in der Stadt mittlerweile sind. So könnt ihr nach einer weiteren Rast auf den Hängematten die Zeit verbringen und dann mitten in der Nacht aufbrechen, gemeinsam mit den Särgen, die ihr braucht, eurem Bären und den Diamanten. Diese Landschaft ist nicht von Zar erschaffen worden. Es war auch wohl nicht Boron, der hier die Hand angelegt hat. Kaum ein Baum ragt aus dem grauen Sumpf hervor und wenn er es tut, dann sieht er verkrüppelt und schief aus, als leider er jeden Tag unter dem üblen Brackwasser, was er trinken muss. Nebelschwaden ziehen über den sumpfigen Tümpel, als wolle das Land seine Hässlichkeit hinter einem Schleier verbergen. Kein fröhlicher Vogelgesang ist zu hören, nur das heisere Krächzen der Krähen und das Geluckern des matschigen Bodens unter euren Stiefeln. Graue und braune Flechten überziehen die Felsen, die aus dem Sumpf hervorragen und kaum eine Blume erhebt ihr buntes Haupt, um gegen das Grau anzuweinen. Nein, dies ist kein schöner Ort. Jeden Augenblick erwartet man das Seufzen und Jammern der Moorleichen. Dann in den Morgengrauen erreicht ihr, gemeinsam mit Just dem Totengräber und Freko Kuttelsieder, der immer noch seinen Ogarkopf neben sich führt, das Stadtbild von Mendena. Auf zahlreichen größeren und kleineren Hügeln wächst sie nördlich der Tobimora aus dem Boden. feste Wehrmauern haben das ganze Land umschlossen und ihr könnt tatsächlich erkennen, wie hier einiges treiben. Nicht nur in der Stadt, sondern auch im Hafen. Zu erkennen, dass einige flache Wiesen, die hier am Flussufer bebaut worden sind. Und ja, die Stadt sieht merkwürdig chaotisch aus. Es gibt zahlreiche alte Bauten, wohl aber auch umso mehr neue, die sich hier aufgrund ihrer Größe bedrohlich abheben. Hm, aber es sieht nicht fremdartig aus, nicht bösartig, nur chaotisch. Und über allem thronend, das goldene Haus von Xeran. Selten so ein hässliches Traum gesehen. Nun ja, in dieses Haus müssen wir wohl hinein. Da seht es euch auch mal an. Seht es euch an? Äh, verzeiht. Seht euch an, aber mir. Dann vergleicht es mit der Stadt des Lichts in Garret. Die ist schön gebaut. Die ist ausgeglichen. Die hat eine riesige goldene Kuppel, ja. Aber sie ist eigentlich das Gesamtelement, aber das ist einfach nur ein hässlicher Klotz. Nun, ich frage mich, warum ihr einen solchen Vergleich anstellt, aber... Oh, weil ich euch vorwegnehmen wollte, dass ihr das größte goldene Bauwerk auf ganz Aventurien herbeizieht, um einen Vergleich zu machen. Tut nicht so, als hättet ihr den nicht dran gedacht. Äh, nun, ich würde nicht das Haus des Geria Falsches mit einem Preiost-Tempel vergleichen, aber, nun ja, so bin ich halt. Und doch... Ich möchte ihn hauen, aber ich beherrsche mich. Und doch, so weit hergeholt ist das nicht. Denn wem steht dieses Gold zu? Alles Gold auf dieser Welt ist preisuntertan. Und worauf ich hinaus will, ist dies war halt nicht nur diese schreckliche Komponente, die die Türme in Jolgermack haben, oder die Pyramide in Wahrung. Dies ist einfach nur hässlich. Zweifelzone. Nun ja, niemand hat behauptet, Xeran hätte Geschmack. Mehr hatte ich trotzdem erwartet. Ach, was soll's. Nun, das ist eben so mit den Dämonenbündlern. Sie haben keine echte Kreativität oder Sinn für Schönheit. Alles, was sie tun können, ist, leere Kopien anzufertigen von den wahren Schönheiten. Ja, da sagt ihr was. Kopien. Die Veränderungen an der Stadt sind subtil. Typisch für das Wirken dieses Erzdämones. Deswegen wird er auch oft unterschätzt. Ja, viele, viele Paktiere, die da rumlaufen. Vor allem die unbremherzige Ersäuferin. Gibt eine ganze Menge Krakonier und Zelliten. Vor allem hier im Schlamm. Seht ihr es da unten, da wo die Burg Talburg anfängt? Da wo es nicht so fest ist und die, die kleinen bäuerlichen Hütten hoch ragen. Das ist so, ja, Laichacker wird das genannt. Das gab es noch nicht immer. Es gab es ja hier vor, das sind fast 100 Jahre, gab es einen furchtbaren Sturm. Efferts Wutgeschrei, der hier alles überflutet hat. Deswegen liegt übrigens auch das Schiff mitten im Sumpf. Aber, naja, seitdem gab es Überschwemmung. Und das Ganze wurde dann vor ein paar Jahren durch die Plagenbringer ergänzt. Und die lag hier im Hafen, nachdem die Isiater sie beschädigt hatte und wurde repariert. Ach, die Plagenbringer war schon einmal hier? Ja. Ich weiß zwar nicht, wie es mittlerweile um den Kapitän bestellt ist, aber es wird wohl gesagt, vor allem von Sarnin, dass sie immer noch umher fährt. So größere geworden. So, sie. Ja, und die lag hier vor ein paar Jahren, lag sie hier im Hafen. Wurde repariert und seitdem ist das Unwasser nicht wieder zurückgegangen. Und sagt, hat es da unten Kack... äh, hat es da auch einen Humeria? Alles. Ja. Ihr sollt euch von diesen Wiesen fernhalten. Da seht ihr übrigens das große Gebäude, das ist die Arena Aquatica. Die ist wohl verbunden mit einem riesigen Fundament. Die hatten wohl einen Baumeister aus Joel Gomack einbestellt. Und jetzt kann man wohl auch das Wasser da hochpumpen. Das ist dann nicht das Wasser aus dem Hafen, sondern vor allem aus der Tobimora. und dann dementsprechend, äh, verseucht von der unbarmärzigen, äh, Säuferan. Oh, die ist groß. Ziemlich groß, ja. Spektakel für Jung und Halt. War der schon mal dort? Äh, zweimal, ja. Gut, ich denke nicht, dass wir uns noch weiter nähern sollten. Ab bei mir, ab in die Kiste. Äh, vielleicht sollten wir erst die Waffen und eure Ausrüstung in den doppelten Boden unterbringen. Vielleicht solltet ihr etwaige, nun ja, mitbringen, die verräterisch erscheinen können in diesem Sarg unterbringen. Ach, meine Kette, meine Ringe. Ja, ich bestehe trotzdem auf dem Punkt, dass ich die Plattenrüstung zurückgelassen habe. Ja, das ist okay, du bist ja auch Paktierer, du bist ja kein... Aber ich kann sagen, ich will nicht erst der Händler ausgeben. Ich meine, das Kettenhemd, ich würde das Kettenhemd, glaube ich, als Bündel zusammenrollen und in den, in den Sarg schmeißen oder was dann? Ich lieg dann, liegt dann unter Terror noch. Wie gesagt, das Kettenhemd in den Sarg und dann Schaka. Ja. Ich würde auch meine Waffen und meine Balestrine vor allen Dingen, äh, verstecken. Und meinen Rucksack natürlich mit allen Artefakten und tränken. Ja. Und wie gesagt, wir hatten uns halt jeder irgendwie so eine rostige Handwaffe von den, von den Widerständern mitgenommen, die wir jetzt gleich am Tor abgeben können. Ja, alles klar. Ja, wir binden die Waffen dann auch eng zusammen, damit die nicht irgendwie noch klappern. Man kann ja auf Decken, etc. Ja. Darum binden. Und Zodamin legt noch einen Beutel mit Amethysten, Rosenblättern, solchen Dingen dazu. Also deine verräterischen Ordensinsignien. Ja, genau. Ich glaube, mein Preiratsamulett behalte ich am Mann. Ich werde es für mich um den Hals tragen, sondern mir in die Tasche stecken, aber ich gebe das nicht in den Sarg. Ich werde alles in den Sarg tun, was irgendwie verräterisch wäre. Ja, ich trage eh wenig bei mir. Ja, als zweiter kannst du dann ja auch deine Rüstung anbehalten. Musst du dann nur noch irgendwie dein riesiges Schwert reinbringen. Ja, ja. Aber wenn Abel mir da hier reinpassen muss, das Schwert ist wahrscheinlich genauso groß wie Abel mir. Ja, im Doppelbrunnen wird man es unterbringen können. Nichts, dass ich dann in die Kiste steigen. Ich habe bei meiner schwarz-rote Verkleidung immer noch an und so training. Nun, dieses Grau, du musst hier es kauen oder was musst du damit machen? Ja, ja, kauen. Nun, dann gib einmal her. Ja, bereits wenn du es an die Lippen bekommst, merkst du, dass deine Lippen anfangen zu kribbeln und dann taub werden. Und wenn du dann den Rest auf die Zunge legst, merkst du wohl auch, wie deine Zunge dann nachgibt und sehr schlaff wird. Und du versuchst noch irgendwie bis 10 zu zählen, kommst aber nur bis 9 bzw. von 10 abwärts und bist dann weg. Du hörst noch alles, was um dich herum passiert, wie alles dann verschlossen wird, aber kannst dich nicht bewegen.